Okay, wer bist du? Der Name des Dicken war glaube ich Crumb. Sie heißt Feng und ich glaube nicht, dass sie mich besonders mochte. Das ist der Lacroix? Wird das nicht Croix ausgesprochen? Irgendwie der Lacroix? Keine Ahnung. Er sieht nicht so gruselig wie die anderen aus. Das ist Said Al-Kadir, der Besitzer der Galerie. Ich habe keine Ahnung wer das ist. Tagungsraum im Sammlerhaus. Ein schönes, reich dekoriertes Haus. Es riecht nach Standesdünkel. Man hat mich gerade rausgeworfen und wieder rein zu gehen scheint mir nicht klug zu sein. Brunnen, Gärten. Sie leben auf großem Fuß. Okay, nichts weiter hier. Ich habe nicht gesagt, wir finden die Adresse in der Empfangshalle. Über dem Schild ist eine Schmutzschicht. Okay. Ah, ich verstehe. Die Namen passen nicht zu den Porträts. Welcher davon ist Whitman? Ah, ich tausche natürlich die Porträts, nicht die... Ja, ja, ja. Okay. Ähm... Zack. Empfang passt. So. Und so. 2331 Lincoln Street. Das ist die Adresse des... ...Verstorbenen. Was warum er da noch stand. Crazy shit. Touch the dagger and hear our story. The dagger can prolong life, but it is guarded by Arahad, a fiery ghost. No shit, Sherlock. Äh, muss ich hier das fehlende Stück finden? Liegt das hier irgendwo? Oder muss ich hier den fiery ghost anklicken? Äh, ich bin mir grad ein bisschen unsicher, was ich hier machen muss. Bewacht. Bewacht. Ist fett gedruckt. Äh, also vielleicht gibt es hier so ein Schild. In order to possess and keep that power, a pact had to be made with Arahad. Every two years, the dagger would switch custody between our five families in a strict order. The first to hold the dagger shall be the Al-Qadir family. Dolchbewahrer? Ähm. Nope. Äh, ffff... Welches symbol ist denn hier Dolchbewahrer, bitte? Al-Qadir are descendants of an ancient Arabic bloodline. Wealthy beyond imagination. Wealthy, Adel... Ffff... Offenbar nicht der Dollar. Das Disney Schloss? Nein, auch nicht. Ring, Adel... Nee, hm. Äh... Okay. Auch nicht. Das wird's wohl nicht sein. Ähm... Arabischen Adel... Familienbuch? Nein, keine Ahnung. Was weiß ich denn? Muss ich jetzt hier das Familienwappen raussuchen? Ist es das? Nee, offenbar auch nicht. Ähm... Ffff... Okay. Next in line to guard the dagger will be the crumbs. The crumbs are known as cunning bankers who amassed their fortune in 18th century Europe. The dagger then moves into the hands of a feng. Fengs, whose ancestors advised the Chinese Emperor themselves. Ever moving. The dagger will find custody with the Delacroix family. The incredible wealth of the Delacroix family grew from their cotton plantations to the south. The dagger's journey ends in the hands of the Whitman family. Whitman's, a line of scholars and professors, forever craving knowledge. And none of the family shall hurt the other, lest they all burn for breaking the pact. As long as this pact is upheld, the cycle shall repeat forever and again, granting life eternal. Okay. 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 Mal sehen, was diese Leute so unbedingt verstecken wollen. Ich weiß den Code nicht. Und für dieses Ding braucht man auch noch eine Schlüsselkarte. Okay. 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 Das hat nichts damit zu tun. Das hat nichts damit zu tun, ne? Okay. Kann ich mir... Okay, ich dachte ich könnte das Wappen vielleicht noch irgendwie mal die Rückseite betrachten oder so, dass da noch was steht. Äh, ne. Okay. GPS-Applikation öffnen wollte ich eigentlich nicht... Achso, das... Das tue ich hier aber. Okay. Ich dachte ich könnte noch in die Richtung gehen. Kann ich aber gar nicht. Äh, okay. Also geht's doch hier weiter. Was ist denn mit dem Teppich eigentlich? Okay. Das Symbol ist wie die fünf Familienwappen geformt. Ja, ja. Aber... Das hilft mir jetzt nicht unbedingt weiter. Äh. Achso, jetzt kann ich auf einmal hier weitermachen. Bei Whitmans Anwesen. Ah, der hat mich natürlich nicht gesehen. Ganz klar. Was hatte Saeed hier zu suchen? Auf Whitmans Anwesen gibt es wirklich eine üppige Vegetation. Vielleicht konnte er damit verbergen, was im Haus vor sich ging? Es scheint, dass ich in eine Schmerzszene gegangen bin. Whitman wurde getötet. Die Polizei gab diesem Ort einen geschehen. Ich sollte mit Marv in Kontakt kommen. Ich kann dir nach ihm aus liggen. Das ist mit dem Fingerprint. Ich habe auf den Fingerprint. Das ist mit der Fingerprint. Da sind die Tatsache noch Leute noch mehr. Gut, dass ich das ein bisschen tun habe. Ich werde ein Problem mit dem Fall. Das war ein, was das mit dem Fires. Ja? Das ist jetzt mit Joseph Whitman. Ich habe im somehowen Involvelde 2331 Lincoln Street. Also, Whitman wurde um 21.30 Uhr ermordet. Whitman war das Ziel, um diese Flamen-Monstrosität zu stoppen. Er muss nicht mehr wissen, wie es runter geht. Was ist das denn? Sieht aus wie ein Glas oder so. Und hier fehlt ein Schiff, ganz offensichtlich. Irgendeine Art Flüssigkeit. Ich kann hiervon nichts nehmen, okay. Ein Schiff? Äh. Okay. Ich sehe kein Schiff und also mein Glas und so ist offenbar nicht das hier. Äh. Okay. Ich kann offenbar nichts mehr anklicken. Ja, die Icons brauche ich hier wohl nicht oder beziehungsweise mein Inventar eher unwahrscheinlich. Aber sehe ich hier irgendwo ein Schiff? Okay. Wir müssen schon total hier weitermachen. Das Arbeitszimmer ist umwerfend. Hier würde sich sogar ein Professor wohlfühlen. Was ist das? Es gibt Sekretärität und Paranoia. Ich sage, Whitman hatte einen riesigen Fall an der anderen Seite. So leicht werden sie nicht aufgeben? Ja, wer denn? Das Messer! So, hier ist doch... Nee. Kein Schiffsteil? Schiffsteil. All the collectors and their holy grail. Dagger, that is. Alright. Äh. Es bewegt sich nicht. Ah, okay. Es muss eine Vorrichtung sein. Ich habe keine Ahnung, was sie bewirkt und wie sie funktioniert. Okay, und dann brauchen wir offenbar noch was anderes. Kann ich hier schon mal? Nee. Im Glas steht etwas geschrieben. Hm. Irgendwelche Symbole. Okay. Dann jetzt nochmal. Was? Was? Das Schiff ist total... Na. Nein. Nicht die App. Geh mal weg. Geh mal weg. Kann ich das Schiff nicht... Ich muss das wahrscheinlich noch irgendwo zusammenbauen, aber ich wüsste grad nicht wo. Fehlt da noch was zu dem Schiff? Ich wüsste halt grad nicht was. Ich wüsste halt grad nicht was. Anscheinend hat Whitman einen luxuriösen Lebensstil gefrönt. Keine Krawatte. Ja. Ja. Oh Gott. Kann die Uhr bitte nicht die ganze Zeit da unten blinken? Ist ein bisschen anstrengend. Äh. Warum kann ich denn das... Ah. Okay. Frachtraum. What? Äh. Das ist... Das hier. Das ist das hier. Äh. Und das ist... Dieser Korb. Das ist das... Erste. Oh Gott. Äh. Das ist einfach das hier, ne? Ja. Ähm. Das... Oh Gott. Wo unterscheiden die sich jetzt? Ach, daran. Okay. Äh. Das ist das Teil. Aber langsam ist gut. Ist das das? Ja. Das ist... Äh. 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 Was ist ein... Achso. Das ist das hier, oder? Ja. Schiffsbauplan. Jetzt können wir das Schiff zusammenbauen. Hm. Jetzt können wir das Schiff zusammenbauen. Das ist der Schiff. Das ist der Schiff. Das ist eine Geschichte. Na, hatte ich hier nicht irgendwo... Hier. Äh, Segel... Segel... Mal sehen, was wir hier haben. Verschiedene Gegenstände, die Whitman als wertvoll betrachtet hat. Ich muss der Versuchung widerstehen. Wenn nicht so stark. Oh, Whitman wollte die Dagger destruieren. Und er wusste, wie es tun. Mach's gut. Ich sah das Symbol zurück in der Lobby des Hauses, die mich inzunehmen.